Bruder, Mario Kart ist keine Sportart. Weil ich ein guter Typ bin und gerne mal einen für meine Jungs ausgebe. Halt immer auch einen flotten Spruchauflager. Ist aber jetzt frech. Ja, aber das ist die Tatsache. Wäre manchmal auch gut, wenn man die Fresse hält. Ist schwer, oder? Einfach. Die meisten Sportarten. Habt ihr? Zeigts? Ja, Rafa. Bruder, Mario Kart ist keine Sportart. Doch. Das sind ja die meisten. Bodenkampf und so. Hä? Das sind ja Sportarten. Ja, und ich kann auch Tennis spielen. Kannst du Tennis spielen? Ja. Ja. Okay, okay. Machen wir nächste Runde. Kannst du noch sagen, was du alles so machst? Boah. Sportarten. Schwimmen. Ist eine Sportart, oder? Ja, aber das kann ja jeder. Ja, aber was macht denn Rafa noch für eine Sportart? Außer Fußball. Ist schwer. Ist schwer. Ich mach ja noch zum Beispiel Ringen. Äh, Jujutsu. Sowas. Ja. Jujutsu. Ja. Jujutsu. Ja, komm. Mach mal. Ja, komm. Oh, warum? Gibst du mal gerne einen aus? Ja, esse. Weil ich ein guter Typ bin. Ja. Und gern mal einen für meine Jungs ausgeben. Auch außerhalb vom Fußball gibt er gerne mal. Ja. Ja, zum Essen oder sowas. Ah. Okay. Oh, Witze. Warte mal. Okay, okay. Aber es ist keine Geschichten. Witze. Witze. Ja, so schwarzer Humor, sowas, ne? Ah, ja. Witze. Also würde ich mal sagen ... Ja. Ich glaub, wir haben denselben. Ja. Liko Schlotter weg. Habt ihr einen parat? Der ist nicht vor der Kamera. Nein, der ist schon ... Was so Witze angeht, ist der schon ... Halt immer auch einen flotten Spruchauflager. Ja. Es muss nicht immer ein Witz sein, sondern einfach, es passt zur Situation oft. Dass man dann lacht, weißt du? Ah, ich müsste einen. Aber ich weiß nicht, ob du denn weißt. Ich versuch's mal. Ich glaub ... Ich hab Mucki. Ah, ich hab Karim. Hast du mal eine schlechte Erfahrung gemacht? Nee, aber er hat jetzt seinen Förderschein erst seit ... paar Wochen. Müsste ich eigentlich auch drauf kommen. Ja. Wer geht denn immer so mit offenen Beinen hin? Ich versuch's mal. Ich auch. Wo bist du? Zühle. Ich hab Mats. Boah, bei der IFO. Mats geht ja auch oft so rein. Stimmt. Große halt. Große Spieler. Ja. Zu mir auch. Wenn du da in Zweikampf oder ... Passiert's halt mal, ne? Ja, aber man ... Man kann's nicht richtig sagen, wer die meisten bekommen. Es gibt's nicht einen, der auch. Nee. Schwer, ne? Ganz schwer auch. Abi. Ja, komm. Ja. 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 Worauf macht ihr das fest? So wegen seiner Frisur oder deinem Stil? Ja, ja. Nee, also ... Er hat einen guten Style. Ja, einen guten Style. Pflegt sich? Gepflegt. Also, es sind ja alle gefegt, aber ... Okay, ganz klar. Er ist aber jetzt frech. Ja, aber das ist die Tatsache. Okay. Miki Süle. Ja, er genießt es halt, ne? Muss ja nichts Schlechtes sein. Salat. Am lautesten. Also ... So vom Reden her, also ... Ja, wer ist immer laut, den hört man immer so ... Finden. Also, gibt's auch mehrere, aber ich würde meinen ... Hier. Schlotti? Ja, ja. Der macht Frasse hält. Der macht Frasse hält. Sondern immer laut. Ja. Den hört man recht oft. Wie gesagt ... Ja, manchmal auch gut, wenn man immer die Frasse hält, aber ... Steigen. Ja. 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 Ja.